jo leute und damit willkommen zu minecraft material energy mit dem flash zentos hallo hallo zentos hallo schwarzes bild gut habe ich gesagt ja bei dem schrumbach stehen geblieben wir haben das gelöst bekommen ich muss nur meine player date löschen für die was ja da hat das alles wieder funktioniert keine ahnung warum so ich habe die harte stones zähle rausgenommen wie viel spucken die dann aus 400 und lade ich nur nebenbei auf erledigt haben würden weil sie nicht das nicht das wird der anzeigen ich habe hier nur dieses ding nicht mit den crops do which is a da war nix dafür brauchen wir das hier und drei stöcke und das gibt es da unten das ist das das ist dieses quantum fire ring klein wie word hallo okay ich klein wie word machen und klicken und ich habe nicht so viel platz oder so weil die portion ist ja nicht steckbar sind ja passiert das ist doch scheiße das hier die wasserquests läuft ja auch nicht weiter doch leer ja du spaß die wasser wieder der vorgleichs nicht peusen nicht geworfen ich kann die irgendwie zerstören. Schau mal im Alchemyling, die zerstöger ist so viel geiler. Schade. Tschüss, brauchst du nicht. Ich glaube, ich hab den noch reingemacht. So, als kleines Nachttipp, ein Great, okay. Oh, zwei Harden, Harden erzählt schon wieder. Okay. Jetzt haben wir vier. Okay. Die sind voll, 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 voll. Machen wir das so, so. Kann ich die nicht beides? So schön drehen, doch. Super. Und die Ender, die fernbogen auch noch, bis sie fertig sind. Ja, die bohren etwas länger. Jetzt hab ich drei von den Solardingern noch. Ich schau wieder mein Inventar so tät an hier, das hab ich rübergerückt. Fah ich nicht. Sens Guildmaschinen, das sind die da oben. Fah ich nicht. Das hörst du nicht. Nix. Okay, ich vertrau dir mal, dass es nix war. Suchst du das? Ja, auch sonst weiß er. Wow. Sonst weiße mach ich das mal. Okay. So. Okay, dann würde ich mal sagen. Dann brauche ich mal die Chemie. Ja, genau. Schau ihn mir noch in mir. Äh, du mir auch, du hast. Du bist mir noch gefolgt. So. Dann muss er mit einer Zelle noch rauskommen. Dann fang ich das mal an umzustrukturieren. Probieren. Urinieren, ja. Ja. Outshot. Dann fang ich mal durchrennen. Hier hätten wir auch. Achso, der, der speichert sogar im Solarding die ganzen Sachen drin, okay. So, und shoot. Startboost. So, weg, weg. Ähm. Ein bisschen dirty dirt. Weg. 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 Ach, okay. Dort, die Domi. das bindet auch die lied stone und die die zelt so machst du denn die wasser quest muss noch fertig gemacht werden das jetzt hier schlau was der eimer was der eimer was der eimer das ist die das ist die fertig da da und abzuschätzen das kann ich auch von machen ok er kriegt energie von wie kriegt er denn energie ähm also nicht die dritte ist nach oben 1 2 3 machen wir das erstmal provisorisch dann kannst du facebook einmal side quest water so und zwar seht dich auch ab hier bisschen leer so schmeißt du noch den letzten cobblestone da oben rein ok ok zack zack wasser quest läuft jetzt wieder weiter ok das ist doch super wo ich das gemacht habe naja sehe ich wohne hier schon kann nur komisch aber scheiß doch ist egal ob es läuft ob es läuft ob es läuft kann auch meine hose laufen naja deine hose laufen ist klar also möchte ich doch gerne dass es meine hose läuft wie ach mit der mensch ne ja nicht ich dachte so auch ich lalalalalala noch mehr alchemie ja wunderbar alles gemischt ist hier nur drinnen alchemie 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 tschüss in die kiste du kommst später dran ah da packt noch ne pudel rum ne pudel rum da ne pudel rum ne pudel rum ne pudel rum ähh ok ok danke zack 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 noch abgebaut wetstern fucke brauche ich nicht wetstern brauche ich und die sonne kann unten angeschlossen werden warte mal doch hier so machen wir so das war einfach nur ne witzern zack watsch ich bin ja voller durchgerannt das haben wir auch fertig hopp die witzern dinge waren ja hier mhm solargeneratoren haben wir noch einen Auf Going UP hopp 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 hmmm aber so so falsch natürlich doch irgendwie so hm Nun sollen sie mal aufladen Die laden auch alle auf, schön, ja, sauber Das brauche ich noch Zwei Repeater, dann hätte ich das auch schon Ich kann es mir auch sparen, indem ich Da ne Ding ansitze und hier Ach, dann machen wir lieber so Dann ist es auch fertig, ein-Wie-Pita kann ich mir noch hier sparen Okay, dann haben wir wieder ein-Wie-Pita gesparen Das Ding kommt gar nicht in der mit dem Wasserpummen diesmal Ne, ist auch klar, ist ja auch nur noch einer, ne? Zwei Stück, aber trotzdem ging das vorher besser Okay Da haben wir drei Zerstörer Jetzt brauche ich noch Oh Mensch, wie hieß er denn hier? Ignidos, ich strudel Da brauchen wir Wasser Okay Okay